Hallo Leute. Hallo Julian. Ich lecke diesen Lollipop da drüben, wo das Stab aus Schokolade bestimmt, die man essen kann. Und da ist ein riesen Brokkoli gewachsen. Das ist kein Brokkoli, das ist ein Baum. Jedes Mal, wenn du Brokkoli siehst, dann spielst du Bäume mit denen. Dann pflanzt du die in deinen Garten und du denkst, das wären Bäume. Das geht nicht. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Das ist komisch, wenn jemand sagt, ein Brokkoli, wow, kann man die messen? Oh, dann ist das ein Baum. Wir sind hier in einer Windmühle. Ich glaube, ich bin heute satt. Ich gehe jetzt drinnen und mache einen entspannten Schlaf in der Windmühle. Tschüss. Oh Mann, wenn ich diesen Jan sehe, muss ich ja jetzt alleine gehen? Okay, ich gehe dann wieder mal in mein Plätzchen. Okay, dann war es das auch mit dem Video. Ich kann dich sehen. Was? Hast du etwas gesagt? Dann war es mal ganz sicher, and Phil. Ach, ich sage jetzt. Ich gehe schön. Jetzt habe ich ja mal aufuma Movist. Untertitelung des ZDF, 2020